Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört im Screen Kaspersche Wüste. Deswegen gehen wir auch direkt rein und gucken mal, wo wir jetzt gelandet sind. Vom Cover her sind wir anscheinend in der Wüste gelandet. Jetzt kommt die Sommerzeit, also mal gucken. Na komm. Alter, alles hier. Wüste. Die Hitze. Gefühle Witzigkeit oder was? Alles voller Staub und Sand bedeckt. Ja. Ein Auto. What the fuck? What the fuck? Okay, Schlägertyp. Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Sie sind in der Stadt. Bei uns mit den Antennen. Entschuldigung. Was ist mit den Mannschaften, Damir? Stefan ist sehr schlecht. Die anderen halten sich noch. In der normalen Form ist es nur wir. Anja, Sie sind mit Damir. Wir müssen diesen Bunker finden. Wir müssen diesen Bunker finden. Aber nur, Herr Schengler, wir müssen den Bunker finden. Aber wir müssen den Bunker finden. Wir müssen den Bunker finden. Ja, das muss man auch umsonst. Das muss man auch umsonst. Anja, Damir, der zweite Frage ist, den Bezug auf Wasser und Wasser. Sam, wir müssen die Bunker machen. Wir müssen die Bunker machen. Wie soll das? Wir sehen uns bald. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Artym, wir müssen wissen, wer diese Bunker ist. Sie sind normaler Bunker, aber Sie können nicht rischieren. Sie sind die Bunker, die Bunker fährt in den Stadt. Sie sind da, sie haben eine Bezugrechte. Das heißt, eine Information muss sein. Und wir haben jetzt alles gut. Wir werden jetzt gut. Wenn du bereit bist, dann steig. Ja. 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 Es wäre eine Bunker, wenn Aurora sich selbst hat. Wie? Das ist eine Bunker. Es gibt die Bunker, die Bunker, und eine Bunker mit Wasser mit Pfeilern, mit einer Kugel mit einer Kugel. Wie geht das? Geil. Was hast du noch nicht gesagt? Du hast noch nicht gefragt. Wie hast du noch nicht gefragt? Was soll man das wissen? Die Bunker, in der Arbeit. Wir müssen schauen. gut. Gut. mit dem Kreuz. Wir schauen die Bunker. Wir schauen die Bunker, aber nur die Bunker von uns nicht. Ähm. Insofern, dass die Landwirte auf die Maschinen entdecken, die Dieselproduktion wird besser, als wir. Wie? Die Bunker. 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 Nein. Dann machen wir das zuerst. Boah. Süße Puh, ey. Na gut. Dann gehen wir voran hier. Oh, ich sehe nichts, Kumpel. Ich kann halt kein Licht anmachen hier. Okay, der ist hier immer noch am Schriften. Da geht es auch nicht lang. Wie komme ich denn darauf? Zack. Okay, da sind unsere anderen Leute. Boah, meine Munni ist fast leer noch vor dem letzten Fight, ey. Mit den ganzen Kannibalen, ey. Junge, Junge, Junge. Naja, wenigstens habe ich noch das gute Stück hier. Damit sollte ich gut rasieren können. Ah, er macht Licht aus. Ich dachte, ich könnte ihn sehen da drin. Oh, der geht auch noch. Aber die sind mehr für die Verteidigung da anscheinend. Ich bin da drin, ey. Ich bin da drin, ey. Es war da drin, wie es gab. Es war da drin, und die Kamerung. Kommt hier hin. Ich bin da drin. Fuh, das Licht ist. Ich kann nicht mehr so sagen. Ich kann nicht mehr so sagen. Okay, wir gehen auf den Weg. Du gehst in den Weg. Idiot, auf den Weg. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Dann werden wir hier noch mit dem Tjepan. Hier ist es warm, als in der Vagin. ist dank so dass ich es war was blageroide was richtig präsentiert ja so kurz hier rein und bei nikon rinne kurz mit ihm nicht das erwarten muss Wasser oder der Schmutz, weil hier gehen die Waffenschnellkoppel. Deswegen ist Stabilität auch wichtig. Können wir da rein? Eww. So. Hier können wir rein. Gehen wir mal ran. Sechs Teile kostenlos. Pistol nutzt man nicht. Oh, der Revolver wäre hier echt gut. Der hat einer der höchsten Stabilität, so wie ein Relife halt, ne? Besser als Pistol. Weniger was zuklemmen kann und besser zum Reinigen. So, wir nehmen das mal ein Stück hin mit. Ich glaube, das... Ja, wir müssen Moni herstellen. 30 Teile für 30 Schuss. Okay. Sechs? Ne. Für sechs Schuss 16 Teile. Okay. Ja. Machen wir auch ein paar davon. Die Mollis machen wir auch zwei. Ich glaube, wir brauchen jetzt in dem Level nicht so viel. Und ansonsten... Ja, Schoddy lassen wir jetzt mal weg. Und dann machen wir hier mal ein paar Schlüsse hin. Ich hoffe, wir finden noch genug. So, kurz reparieren. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir schon ein bisschen Sand drauf bekommen, ey. Holy moly. Infraor. Schade. So. So. Vierfach. Ich überlege, ob ich euch wirklich den Vierfach vielleicht nehmen sollte. Einfach nur, weil ich Nahkampf ja mit dem Laser machen kann. Hm. Muss ich später mal ausprobieren. Mal zwei wäre geiler. Oder so. Mal zwei, mal drei. Hätte ich lieber. Gut. So. Ausrüstung komplett. Dann können wir auch besser aufbrechen. So. Er legt dich lieber hin, Jun. Stöpe, du bist ja jährlich. Lass dich besser aufschneiden, bis ich nicht deine Arbeit bekomme. Wahrscheinlich hat er Fieber oder so. Ja, Tömich. Ich habe noch etwas Angst. In den nächsten Mal. Das ist richtig. Wir sind einfach in der Erwanderung. Wir sind nicht in der Erwanderung? Aber wenn wir uns mit uns kommen... Dann kommen sie sofort zurück. Und dann haben wir sie mit Samen. Also wirst du noch nicht weg. Ja. Du denkst, Katja. Da ist zugespielt. Machen wir später. So, haben wir noch was? Nee. Du, pass auf. Gut. Hast du sonst noch was? Nee, ne? Du noch was? Nee. Ah, durfte ich noch ein bisschen. Sonnstich. Ja. 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 Wir testen die Station. Da ist noch etwas. Oh. Einmal. Gut. Ja, hier kann man sich nicht vor der Hitze verstecken, ey. Junge, Junge, Junge. Ich will mir nicht mal vorstellen, wie warm das wirklich da drin ist. Oh, jetzt können wir auch hier rauf. Nochmal. Ist irgendwas versteckt hier drin? Nee. Gut. Zack. Jetzt untersuchen wir ganz schnell nochmal hier da, ne? So. Das Gefühl, das Licht ist leer. Nee, ist nicht. Ist einfach nur so hell hier und dann auch so dunkel. Wegen den Schatten-Effekten. Oh. Na, was ist los hier? Okay. Ich dachte, ich gucke mal ein bisschen nach. Habt ihr auch noch ein bisschen Stuff für mich? Neck. So. Dann gehen wir weiter. Vielleicht gibt's hier wirklich nichts zu holen. Aber trotzdem mal reingucken. Vielleicht liegt hier ja wirklich was rum. War das? Nee. Ja, vielleicht müsste man das ganze Holz hier mitnehmen. Bis zu verbrennen, wenigstens etwas besser als nichts. Oh, da ist ein Auto. Haben wir irgendwas? Nee. Der da oben prüft, Alter. Ist verpackt von Weitem. Ränder-Distanz wahrscheinlich im Arsch. Tag. So. Du bist irgendwie in die andere Seite, Artem. Du bist alles tisch. Ja, voll, voll. Gucken wir uns erstmal die Map an. Jawoll, Junge. Okay. So. Dann. Würde ich sagen. Gucken wir uns erstmal ganz leicht um. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was du verstehst. Hier, du. Hier nichts. Du gehst. Mach das ab. 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 Ich hab gesagt, dass wir es nicht zu schämen. Natürlich. Wir haben uns nicht zu nutzen. Mach das ab. Mach das ab. Alles klar. Unbekanntes Gebiet erstmal erforschen, sagen die, wa? So. Ein Feuer in der Hitze. Ich glaub, das brauchen wir nicht. Das wäre nachts gut. Geht nicht mehr aus. Los. So. Gehen wir mal hier hoch. So. Was hast du hier? Irgendwas gespottet hier? Alter, einfach ein Heuball. Hammer, gell? So. So können wir ein bisschen scouten. Das ist schon mal gut. So. Haben wir noch irgendwas da hinten? Hä? Das ist klar. Hä? Zack. Ja, das stimmt. Letztes Mal waren es ja schon die Fanatiker mit ihrer Theorie. Mal gucken, was hier los ist. Aber mir kommt es davor, als wenn hier die Arsgeier sind. Okay. Können wir noch ein bisschen mehr aus der Höhe hier scannen. Sehr gut. Jo. Da hinten können wir was machen. Ja, ich bin. Haben wir noch was? Wir brauchen einen höheren Punkt. Also das wäre nicht schlecht, von da schon mal etwas aufzupassen. So. Okay. Geh mal kurz da in die Mitte. Wollte unbedingt nachgucken, was da hinten ist. Zack. Double Jump. Ich hoffe, hier sind keine Minen oder so. Das wäre jetzt richtig scheiße. Oh, ein Häschen. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen was zu essen. Im Notfall. So. Ja. Messer in der Hand. Vergesst nachzuladen. Gut. Die ist ja viel leiser, deswegen spielen wir erstmal da mit. So. Wo führt uns das hier hin? Oh. Ein schattiges Plätzchen. Mit einer Leiche. Okay. Und noch einer Leiche. Schon länger her. Okay. Einerseits natürlich. Ein Schalter im Fall von der Shotgun. Oh. Aufsatz bekommen. Laser Visier. Vielleicht einen grünen diesmal. Und keinen roten. Weil rot sieht man nicht so geil im hellen Licht. Ich glaube grün oder türkis war das glaube ich. Oder so. Aquafarben. Ich glaube die sind am besten auch bei Tageslicht noch zu erkennen. In der Nacht ist es mehr dunkler Farben. Also kräftiger meine ich damit. Okay. Die Stadt haben wir uns geholt. Boah ich glaube es werden noch Sandstimmen bekommen oder so. So wie der Sturm bei der ersten Map. Müssen wir jetzt aufpassen. Vielleicht ist nachts sogar besser zu spielen. Wegen Dunkelheit. Boah Mini Dämonen oder was sind das? Fledermäuse. Vielleicht sind es ja Dämonen Fledermäuse. Wäre aber echt heavy. So. Ich habe das Gefühl Shotgun wäre hier gut. Solche komischen engen Räume hier überall immer. Okay. Ups. Entschuldigung. So. Ein bisschen Muni sammeln ist schon mal gut für uns. Wir gehen auch gleich da rein. Boah. Scheiß Beibahl. Okay. Ach. Die vier sind dann hier auch noch. Okay. Irgendwas? Ne. Artyom. Huuu. Ja ich merke schon. Da hinten. Nur aufpassen. Okay wir gehen kurz da hinten jetzt rein. Zur Not wenn der Sturm kommt müssen wir erstmal in den Waggon hier rein oder so. Shot suchen. Hopp. So. Wer Teufel ist das denn? Wobei wir haben ja gehört dass die gesagt haben wir müssen das dem Baron erzählen. Und Baron ist ja für mich mehr so ein Wort wie Anführer so von Banditen oder Mafia. Holy Shit haben wir hier schon. Uh. Adrenalin ist da. Noch einer. Drecksviecher. Alter. Camouflage hier oder was? Scheiße. Wo sind die? Okay. Vielleicht können wir die triggern. Okay. Wir müssen echt vorsichtiger sein. Scheiße. Wie hier liegen jetzt noch im Sand ey. Okay. Ja. Mehr ist ja nicht. Da waren noch mehr. Ich hab die gerade gesehen. Okay. Da hinten ist noch was. Äh lauf du. So was geht da ne. Wollen wir nach da hinten weiter gehen. Okay. Okay. Boah. Okay. Sehr viele Ruinen wo nicht Sonne ist. Okay. Gut. Also wenn wir so ne verlassene Kacke sehen. Wenn es nicht groß genug ist für Loot. Kann ich ignorieren. Aber ich wette genau dann liegt da irgendwas hin was ich damals auch übersehen habe oder so. Na gut. Einmal durch sprinten hier. Einmal mehr. Kommt näher. Kommt näher. Den haben wir. Das war keiner. Och sorry. Scheiß Viecher. Wo verstecken die sich? Okay. Hier liegt noch was. Scheiß Schlangen auch noch. Boah ey. Die Viecher kann ich im Relief nicht ausstehen. Wo seid ihr die Viecher? Also hätte ich ne richtige Shotgun würde ich hier einfach schnell durchbrennen. alle triggern und einfach alle abknallen. WTF? Wieso brennt der Busch? Also. Ja okay. Natürlich kann es zu heiß sein. Oder es soll so ein nächster Eck sein. Von wegen irgendwie Jesus Geschichte. Der brennende Busch der spricht. Oh das sind Teile. Interessant. Gut. Holy. Mehr auf einmal. Okay. Bin echt froh dass ich diese Waffe habe ey. Dieses One Shot Potential ist echt gut. Wacht schon. Okay. Ja okay. Das soll anscheinend der Baron sein. Wenn man seine Flage schon zieht. Ich glaube es wird kein angenehmer Typ sein mit ihm zu reden. So. Das haben wir. Ja. Wie weit sind wir schon weg? Hier links oder was. Scheiße. Die sind überall. Ich hoffe die können nicht angreifen. Das ist jetzt nur Dekoration. Wenn doch. Oh das wird kacke. Was soll ich sein? Ja. Okay. Dann wird das wahrscheinlich der erste Stützpunkt sein wo wir uns stecken können. Speichern. Da ist ein Toto oder der wartet. Okay. Dann wird das wahrscheinlich der erste Stützpunkt sein wo wir uns stecken können. Okay. Wirkt für mich wie ein verlassener Posten weil hier schon diese Viecher sind. Oh ne der ist schon tot. Da ist ja. Ja. Wie zu heuballen. Ey. Voll geil. Ja. Ich glaube ich ran ein bisschen lieber nah ran. Nicht dass ich zu viel Muni einfach so verballe auf Leichen die vielleicht gar nicht da sind. Okay. Okay. Oh. Hier wird die Sniper gewesen zum ersten Mal anscheinend. Ja. Okay. Nice. Den aufladen. Den aufladen. Das ist das einzige was ich an aufladbaren Waffen nicht mag. Der Vorteil ist sehr groß deswegen sollte man es nehmen. Aber es ist halt ein bisschen auf Dauer nerven. Ich hätte gerne so ein automatisches Aufladen wenn ich einfach so renne. Wie Solarplatte Waffen oder so. Oder einfach nur Passive laden. Oder viel schneller länger haltender. Dann hätte ich wahrscheinlich lieber das genommen. Doppelte Menge vielleicht Kapazität wie es Schüsse aushält bis es runter geht. Aber dann auch doppelte Geschwindigkeit wieder aufladen. Das wäre richtig nice. Ah Leiche. Hier. Ja. Gute Falle. So. Okay wir sind schon sehr nah dran. Sehen wir schon Gegner. Nein tun wir nicht. Aber ich sehe das Auto. So. Gut. Gehen wir mal ein Stück hier höher. Hier sind noch ein paar Ruinen. Boah. Junge die verstecken sich echt richtig gut. Komplett an der Wand. Einheitliche Farbe. Hier gefühlt so ein Flashrick von Metal Gear Solid. Wo. Snake dann. Ich glaube es war der dritte Teil. Wo es noch auf der Phase E3 war. Wo er dann mit seinem Anzug komplett. Orange war. Oder wo die Melonen an seinen Beinen kamen. Wo er dann auch die Farbe angenommen hat. Das war nice. Also das Stealth System mit dem Anzug. Echt gut. Okay. Ja aber ich glaube ich meinte solche Dinge die halb offen sind. Hier sind halt nur. Mobs die man abknallen kann. Das bringt uns nicht weiter. Oh. Ich muss noch mehr machen. Ein Fehler. So. Vielleicht können wir uns hier durchschle... Unfair. Ich dachte er kann nicht so schnell angreifen. Wegen Animationen komplett aufstehen. Ah wir brauchen keine Medikid. Wir haben gute Rüstung. Hier was. Küsse. Nehme ich mit. Kann ich nicht rein. Mensch. Weitschen. Wenn man so viele Spiele spielt wo immer E benutzen ist. Oder beim anderen F. Ey man. Boah jedes Mal vertudelt man sich da. Was jetzt das Richtige ist. So. Zack. War schön. Einfach Sniper Schüsse mitgenommen. Auf die andere Seite komme ich raus. Ne. Boah. Ja. Der Sandstrom kommt. Ah hier ist nicht mehr. Okay. Den habe ich abgeklappert. So. Geht die ganze Zeit Schüsse. Hier rechts ist ein Fragezeichen. Bevor wir da reingehen machen wir hier das Fragezeichen. Ich höre glaube ich die Viecher da dran. Oh. Ich weiß was es ist. Es ist deren Nest. Ich gehe mal auszuholen. Ich will eine höhere Stellung haben. Geht nicht. Ja. Ich gehe mal kurz rein damit diese scheiß Markierung weg ist. Ja. Und wieder schnell weg. Ich gehe die greifen noch nicht an. Schnell durch. Wow. Den wollte ich mitnehmen. Boah. Oh. Nicht mal mitgekommen. Okay. Dann müssen wir weg hier. Das ist hier eine Brotmaschine. Ja. Hinter uns ist noch mehr. Aber wir machen erstmal die... Holy shit. Das kann ein Streifer hier sein. Nein. Nicht wackeln. Wunderschön. Gut. Alles klar. Also statt. Die anderen. Mutanten. Dinger. Viecher. Ist halt jetzt hier mehr. Wow. Okay. Da habe ich einen Kanter mitgenommen. Wir müssen aufpassen dass wir in kein Loch fallen. Ich glaube das ist instant death. Okay. Jetzt noch ein Auto. Den hast du noch mit einem Spaten gekillt. Prospekt dafür. Weg mit euch. Ballern da so viel rum ey. Holy shit. Baza. Es ist Saul. Saul. Okay. Baza. Entwerte. Hä? Ja. Radioaktiver Sturm. Oh. Mein Fehler. Alter. Zieh das wieder an. So. Das wollte ich wegpacken. Sind die tot? Nein sind die nicht. Das wäre der Nachteil wenn man geradeaus reingegangen wäre. Okay. Okay. Wir sollten. Boah junges. Boah lag mich doch. Dian pumpen wir mal. Gute, dass die Muni so billig ist. Da bin ich voll. Junge Toffen Ich sehe nichts Ich höre links die ganze Zeit ein Scheiße ist das hier Ne da gehe ich noch nicht hoch Aber der bleibt doch oben Nichts Ich habe das Gefühl Ne ich gehe mal kurz hinter den Eingang Das ist irgendwie gefühlt der vorgelegte Weg Wo man lang gehen soll Hier mal reingehen Gehe mir das mit schnell Ja Glückwunsch das habe ich nicht gesehen Mein Fehler So Der ist auch tot Ja der hat hier gut rum geballert Okay Zack Jetzt geht's nicht mehr hin Nee Ich muss ganz sagen nicht dass hier irgendwas versteckt liegt Durchkriechen geht auch nicht Geht gar nichts So Ich habe kurz ein Auge geklatscht So Ein bisschen da rein Ah Hier ist noch was Okay Die wurden also so leicht ausgelöscht Sag ich es mal vorsichtig Okay Dann gehen wir jetzt mal hier rein Zack Auf damit So Das ist jetzt die Type von davor Genau Okay Okay Licht aus So Oh shit Von wo E E Okay Zack Junge Oh Halt Mein Fehler Da war gerade eine Quicktime Event Und ich habe das vorsehen einfach durchgespammt Ich weiß jetzt nicht ob ich ihn gekillt habe oder nicht Weil Der ist schon wichtig Dass man ihn am Leben lässt Nicht dass man ihn einfach killt So Leider Muss ich nochmal von hier machen Zack 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 Dann schnell Licht aus Hä Wo ist denn der Ah Er muss noch klettern Raus mit dir So Kann man noch schnell das alles nachmachen Zack 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 Hier ist ja nichts So Ja Zack Da steckt immer noch hin So Okay Diesmal vorsichtiger Einmal hier speichern So Gut Kurz E-Spam Genau So Jetzt E So E nicht mehr Ich habe schon davor die ganze weiter gedrückt E Zack Kostüten Ah er gibt auf Okay E war schon richtig Und da war der Karma Und den habe ich davor leider nicht mitbekommen Gib mir den Das soll der Autoschüsse sein Okay Weg mit dir Boah Okay Ich sehe schon In dem Gebiet sind die Viecher am heftigsten Oh ich sehe nichts Nein Leck mich doch Dass das die ganze Zeit wackelt Okay Die kommen hoch Ne Bin ich unterfallen Neh mich mit Achso Hier hätte ich den Taubenlader zum ersten Mal glaube ich bekommen oder Weil davor Okay So es wird langsam besser Ist wieder heller geworden Ist da irgendwas drauf Ne ne Ah Da ist noch einer Scheiß Dabelleiche Reicht zu irgendwo Da Reicht langsam Ich habe wenig Schuss Gut Gehen wir auf die So die können wir jetzt wieder ausziehen Spawn jetzt unendlich Weil ich muss kurz hier noch looten Ansonsten muss ich mich halt beeilen Hoffen wir mal dass der Typ jetzt nicht tot ist Ich habe ihn ja nur genug Zack Sag mal wie viele hältst du denn aus Geht hier auf range ist natürlich schlechter Habs verstanden So Jetzt muss ich kurz mal Einmal hier Da war was Scannen So lange wir die Zeit hierfür haben Und die Scheiß Fliegenficker sind auch noch hier Man die sind überall Oh Vielleicht noch was So Jawohl Jede Info die wir kriegen können ist einfach Gold wert Dann wandern wir nicht umsonst herum Oh sehr viel Gut So machen wir mal so ein bisschen Vielleicht sogar durch den Berg durch mit Glück Aber glaub nicht Ne So dann Da war was Wo auch immer Ich sehe es nicht Da war auch noch was So das sehe ich aber auch Okay Dann gehen wir kurz jetzt noch nach links Da oben ist es auf Gut Nehmen wir trotzdem Ja man sieht aber die Kanister sind häufiger da Also hier können wir gut Dieselkraftstoff finden Okay Da klettern die hoch Wie wäre man überhaupt hier hoch gekommen Gar nicht Außer dem Weg Gut Der eine ist eine Leiche Hier waren wir schon Ah Falschaden ist hoch in dem Spiel Zack Können wir leider nicht looten Den auch nicht Schade Na gut Dann weiter Ich glaube jetzt wären vielleicht diese Flammenkugeln gut gewesen Stimmt die kann ich mal ausprobieren Stellen wir um Zack Jawohl Gelbe Markierung Neun Schuss können wir natürlich noch haben Die Waffe ist schon sehr dreckig Und trotzdem macht sie guten One-Shot-Potentiel Scheiß Was ist das Bam Junge Geiles Die wäre es aber noch gut So Das ist unser Auto Okay Können wir jedes Auto mit dem Schlüssel machen Oder nur dieses Das wäre cool zu wissen Weil da vorne war ja noch eins eigentlich So Jo Die Punkte haben wir schon mal gut gemacht Okay Wir müssen zurückfahren Und erst mal berichten glaube ich Mal kurz quick say So Steigen wir rein Bam Junge Cool Davor Open Map mit Wasser Wasser Oh Hau Fertil Fertil Ja Jawoll Junge Nice one Der ist immer noch nicht tot Jawoll Junge Boah alter Wie Staub Scheiß Ich weiß nicht, dass es nicht so ist. Nicht so, dass es nicht so ist. Aber ich habe eine solche Maschine. Ich wollte sie auch nicht mehr. Du gehst zu dir, Herr Kohl. Das ist nicht so, dass du es auf dem Weg hast. Du hast es gerade versucht. Als du hier in der Peschwilfe anzuprobst, habe ich die Antenne gesehen. Das bedeutet, du hast die Zentrensweise dort. Aha. Okay, gut. Alles klar. Mach mir so. So. Du hast nichts in der Info gegeben. Da ganz hinten ist der Leuchtturm. Okay, gut. Rechts sehe ich aber schon auf der Karte gezeichnet. So ein dickes Obquartier oder so. Keine Ahnung, aber Zentrale. Da müssen wir auch mal hinfahren. Ja. So, jetzt die Frage, aber wie betanken wir das Ding hier? Oder wo ist der Tank überhaupt? Hier war aber irgendwas. Sagen wir ja. Fahren. Haben wir sonst noch was? Nee. Können wir das Ding upgraden? Na ja, gut. Sagen wir mal ein. Jetzt wirklich aber. Zack. Die Kronentalkenöffner. Jawohl, geiles Lenkart. Sie wissen auch so, wie die Hilfe für Leute mit Behinderung, falls sie dort zum Auto fahren können, mit Vorinstallierung. So wie der hier. Okay. 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 Die Verwaltungen, die sich für die Verwaltungen verabschieden haben, sind es eher weniger. Die Gäste sind vielleicht von unverantwortlich. Oder von entferntem. In jedem Fall muss man sich darüber nachdenken, was sie für die Verwaltungen wollen. Wer es braucht, einen einzigen Anruf. Schleifte die Gäste. 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 Die Gäste. Das ist eine coole Aufgabe. So. Sieht man hier überhaupt den Fuel-Anzeige? Oder gibt es keine Fuel-Anzeige? Na gut. Map. Ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal, glaube ich, nach rechts. Ja. Bevor wir nach oben müssen. Wenn da die Main-Mission ist, machen wir natürlich erstmal alles drum herum. Geil. Haha. Nice. Licht geht natürlich nicht. Geil, Alter. Da reicht zwar irgendwie nur so ein B. Ah, fühlt sich gut. Entspannt. Spiegel haben wir nicht. Haha. So. Ich muss jetzt mal meine Waffen reparieren. Ich habe schon gesehen, dass die eine richtig... Jawohl, Junge. Zack. Läuft doch. Alter, besser als die heutigen Tests. Also, als wird es gemeint. Na, was los hier? Hallo, Artym. Sollte die Sonne, wie es heute hier ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Als wir noch einen Sturm haben. Anja, das ist Abro. Anja, sag mal. Anja, sag mal. Hallo, Artym. Hallo? Anja, wie ist es? 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 Widerstand! Das Wort ist ungefähr 30 Minuten. Kaffee stadt. Artym, es muss auf indem du dir helfen. Ok. Okay. Machen wir dann so. Hast du noch was zu sagen? Nein, nein. Oh. Oh, jetzt kommt er. antwortet er nicht ja ich dachte ich muss noch ein bisschen zuhören ja 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 Ich habe eine kleine Beleidung, die ich nicht mehr so verletzt bin. Aber er hat sich nicht zu verletzt. Er hat eine Flasche in der Umgebung gesehen. Der Herr T.T. gesehen hat, aber nicht sagte er. Und dann kam er auf den Post, da ist es Sonne. Und er hat sich das Gefühl. Ja, Nasti, das ist das Gefühl. Aber er hat sich zu verletzt. Ja, das stimmt. Keine Angst. Dann gebe ich ihm heute Abend ein paar Normen. Damit er schneller verabschiedet. Du, mein Licht. Mami! Wir kommen bald von hier, weil es hier warm ist. Ich weiß nicht, Frau. Ich hoffe, dass bald. Und wenn du es schwierig bist, dann hilfst du dir. Wer liegt da? Ah, Zippa. Oh, Herr Artem. Und ich werde dir dir helfen. Wir werden ihn mit ihm vorbereiten. Hier. Na dann. Artem. Vielen Dank, dass du die Leute kennengelernt hast. Ja. Wenn man nichts zu trinken hat, ist man schnell kaputt, ey. Man schwitzt allgemein schon, dann hat man keinen Nachkommen mit Wasser. Was ist denn? Oh, du bist so. Kannst du essen, oder? Ich bin auf jeden Fall. Man muss sich nachher schauen, damit die Kasse nicht aufgerissen und nicht aufgerissen hat. Wenn du wirst, dass du nicht so ein bisschen passiert, dann sag dir gleich. Natürlich. Ich bin auf der Zeit. Ich bin auf der Arbeit. Ich bin auf der Arbeit. Ich bin auf der Aufgabe heute. Wauw. Herr Englisch war, Mann. Nicht mehr zu lernen. Hehehe. Für den Zubrill, Sam. Und warum nicht mehr zu lernen? Ich arbeite bei den Kuchen in den Kuchen. Oder besser, bei den Kuchen. Vielleicht, die Touristen lieben? Oh, Mann. Ich bin wirklich überrascht. Das ist ich? Ich bin hier in der Nacht aufgerissen, bin ich nach dem Kuchen, und er schlägt, schlägt. Es ist drei Uhrzeit, und er spricht selbst mit sich. Ich finde es so warm, wie ein Winterbüß. Und was er sagt? Ja. 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 Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut. Nach den Leuten geschaut. Die haben schon was Gutes hier eingerichtet. Dann gehen wir jetzt mal schnell hier rein. Wenn wir können. Ich suche mal kurz eine offene Tür. Vielleicht hier rüber rein? Ne. Äh, und wo soll ich jetzt meinen, meinen Austausch noch reparieren? Oder war da eine Werkbank, die ich ja vorher übersehen hatte? Gehen wir noch ganz schnell nochmal hier rein. Muss doch eine Werkbank sein. Wollte sagen. Wo kann ich sagen. Was soll ich sagen? Da machen wir nochmal ein paar. Das weg. Okay, Shotgun finden wir auf dem FC 4 anscheinend. So. AK noch super gut, das noch super gut. Das ist komplett tot. Aber es war auch der Sandsturm da. Das heißt wahrscheinlich, ich kann da noch 100% mehr Damage auf die Waffe oder so. Aber war schon heavy. Deswegen ist auch Stabilität wichtig. Deswegen mag... Oh, hast du übersehen? Deswegen mag ich auch diese Bulldog-Waffe nicht. Die ist eigentlich in allem besser als die AK. Aber irgendwie, die schießt für mich nicht schnell genug. Da kille ich damit nicht schnell genug auch. Irgendwann, ne. Die geht auch so schnell kaputt, weil die so offen ist im Vergleich zu AK. Lohnt nicht, in meinen Augen. So. Wow, 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 wow. Okay, die Aktion hat schnell geladen. Ne, noch nicht. Ich freue mich schon. So. Oh, ein Licht geht. So wie im Real Life auf der Autobahn, wie man manche sieht. Gut, steigen wir hier schön ein. So. Wo könnte man denn hin? Okay, nach rechts da. Alles klar, dann machen wir das. Aber, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Also stoppen wir hier in diesem schönen Superauto hier drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann wird's. Bis zum nächsten Mal.